So, wir gehen Bärlauch sammeln. Ich habe mein Fischauge dabei und wir machen uns auf den Weg. So, wir sind jetzt on the way. Irgendwo hier neben dem Weg soll es wohl Bärlauch geben. Und darum machen wir uns einfach mal auf die Suche. Wo bin ich denn? In Düsseldorf, Ella. Gefunden habe ich die Stelle bei mundraub.org. Kennt ihr das? Ach, schaut mal, wie schön das aussieht. Da könnt ihr gucken, wo es in eure Nähe Sachen umsonst quasi gibt. Also eben Kräuter, diverse Kräuter, aber auch eben Obstbäume und so Krams. Und eigentlich ist die Seite super cool. Ja, und wir machen uns jetzt wie gesagt auf den Weg. Es ist heute ziemlich kalt. Wartet mal, ich drehe euch mal um. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich aussehe. Aber ja, es ist windig. Aber es ist eine schöne Stimmung heute. So, wir sind jetzt an einer Brücke angelangt. Das ist lustig, ne? Es sieht super schön hier aus. Ich weiß nur nicht genau, wo ich hin muss. Es ist schwierig. Schaut mal, da sind Entchen. Das sieht schön aus. Entchen. Also ich glaube, in die Richtung sind wir falsch, weil da sind Häuser. Wir drehen uns um. Sieht so schön aus, Leute. So. Wir machen uns auf den Weg in die Richtung. So, den Olo-Clip mal anders verwendet. Ich filme mit dem Olo-Clip und mit meinem Handy. Ja, ich darf nicht vergessen, dass ich mein Handy quer halten muss, weil sonst, ähm, ne? Habt ihr diese scheiß Balken auf den Seiten. So, da vorne sind Entchen. Ich gucke mal an. Die fliegen bestimmt gleich weg oder gehen weg, wenn ich komme. Aber wir gucken mal. Könnt ihr sie sehen? Da. Wir gehen da mal hin. Ja, vielleicht ist das auch ein Fail-Video. Aber dann wartet ihr einfach mal ein bisschen mit mir spazieren. Wir checken mal die Lage. So, jetzt mal kurz ohne Fischauge, weil ich sonst nicht sehe, was ich filme. In die Richtung macht es leider keinen Sinn. Ja, wir drehen wieder um. Das war ja erfolgreich. Und, ähm, ich glaube, ich muss auf die Seite der Truppe. Ja, seht ihr ja. Moment. Founded. Also, alles voll Bärlauch. Ähm, wir sind halt noch sehr mini. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sammle einfach mal. Das ist das, was ich schon habe. Es ist aber so viel da. Ich glaube, ich werde die ganze Tüte vollpacken. Hammer! Tolle Stelle. Also, das ist wirklich Wahnsinn, was hier so steht. Äh, Moment, ich drehe mich mal. Also, wirklich, soweit das Auge reicht. Bärlauch, 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 Bärlauch. Also, ihr könnt euch hier dumm und dämlich suchen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Es ist so kalt. Also, ich habe so viel bis jetzt gesammelt. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und irgendwie ist doch da. Ähm, ja, mundraub.org. So. Ha! Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen konnte. Man konnte es nämlich nicht sehen, weil ich es verrafft habe. So, meine, ähm, Ausbeute im Moment. Et voilà. Das reicht auf jeden Fall für eine Mahlzeit. Und, ähm, ich bin echt happy. Ja, cool. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin jetzt gleich wieder beim Auto. Ähm, ich bin happy. Ich werde es mal gleich nach einem Rezept für Bärlauchpesto gucken. Und dann gibt es heute Bärlauchpesto. Yay! Ich hoffe, das Mini-Follow-me-around hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!